Träumst du vor einer gerechteren Welt? Vor einer besseren Zukunft? Wo man Rücksicht nimmt auf Mensch, Natur und Umwelt? Wo Firmen ihre Verantwortung übernehmen? Wo es nicht nur darum geht, den Profit zu maximieren oder den Gewinn? Hast du das Gefühl, du kannst nichts machen? Du bist hilflos, machtlos? Das stimmt nicht ganz. Deine Stimme zählt. Unsere Stimmen zählen. Du kannst jetzt abstimmen auf publicguide.ch Dort findest du eine Liste mit Firmen, die Menschenrechte verletzen, die die Umwelt ausbieten und verschmutzen. Und du kannst mit deiner Stimme Einfluss nehmen auf das Rating. Und so können wir alle gemeinsam Druck ausüben auf das Image dieser Firmen und sie so zum Handeln bewegen. Gehen jetzt auf publicguide.ch und abstimmen.